Die Eheschutzinitiative ist eine Mogelpackung. Sie will etwas in die Verfassung einschreiben, in dem es zwei Männer oder zwei Frauen verbieten sollen, zu heiraten. Und das, noch bevor auf Bundesebene Gesetzgebung so angepasst wurde, dass sie den heutigen gesellschaftlichen Realitäten entspricht. Darum Nein zur Rückständigung Eheschutzinitiative. Untertitelung des ZDF, 2020